Heute möchten wir euch das handgeschmiedete und gefaltete Schwert von Roronoa Zorro aus der Anime-Serie One Piece vorstellen. Zorro ist ein erfahrener Schwertkämpfer und in der Lage 1, 2 und 3 Schwerter in unterschiedlichen Anglosstilen zu verwenden, obwohl er am meisten mit effektiven Schwerttechnik Santroyu vertraut ist, indem er sein drittes Schwert mit dem Mund umklammert. Das 102 cm lange Schwert ist handgeschmiedet. Die 74 cm lange gefaltete Klinge wurde aus Edelstahl gefertigt. Das Schwert wird inklusive einer Scheide aus Hartholz, einem hochwertigen Ständer und einem Pflegeset geliefert. Den Link zum Schwert sowie zu unserem Shop finden Sie unter dem Video in der Beschreibung. Schauen Sie doch mal vorbei.